Hallo, ich bin Lea. Als erstes Amt war ich in der Außenschelle Kreispolizeibehörde in Düren eingesetzt. Dort habe ich mich um die Personalangelegenheiten der Polizistinnen und Polizisten gekümmert. Dazu zählten zum Beispiel Umsetzungen und Versetzungen der Polizisten oder auch Fortbildungskosten. Als zweites Amt war ich im Schulamt eingesetzt. Dort habe ich mich um die School and Fun Ticket Anträge gekümmert und stand bezüglich dessen auch im engen Kontakt per Mail und per Telefon mit den verschiedenen Schulen. Als nächstes Amt steht das Umweltamt auf dem Plan. Dort freue ich mich schon sehr drauf.